Moin Moin, herzlich willkommen zum Bildbesprechungs-Samstag. Mein Name ist Frank Fischer und heute haben wir hier eine schöne Folge 33 in 33. Ich freue mich mega, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Frank Fischer, ich bin Fototrainer und Inhaber bei der Fotoschule. Wir machen Fotokurse, Fotoworkshops und Fotoreisen in 25 deutschen Städten und in zig Ländern auf dieser Welt. Und gleichzeitig das Ganze mit einem Team von 20 bis 25 Fototrainern. Schau doch gern bei uns auf der Webseite www.ff-fotoschule.de vorbei. Da findest du das komplette Angebot. Wenn du Fragen hast, ruf mich einfach an. Heute haben wir eine schöne Folge 33 in 33, ein sehr beliebtes Format bei euch. Das heißt, ich bespreche 33 Fotos in 33 Minuten. Und damit wir keine Zeit verlieren, schalten wir mal direkt auf meinen Rechner rüber und dann gucken wir uns das mal gemeinsam an, was ihr da draußen heute eingesandt habt. Dann wollen wir mal mit dem ersten Foto hier direkt starten. Das erste Foto ist von Mario Prinzhausen und es zeigt ein Foto von der Nordsee, wie ich den Titel entnehme. Ja, also meinem Kenntnisstand nach stehen die Strandkörbe da nicht standardmäßig im Wasser. Insofern frage ich mich, wie ist das Wasser da hingekommen? Ist das gut für den Strandkorb? Und ergibt das überhaupt einen Sinn? Aber es ist natürlich eine witzige Idee. Ich find's auch cool, dass wir die Füße daraus schauen sehen. Die finde ich nicht ganz so optimal belichtet. Die könnten einfach einen Ticken heller belichtet sein, die Füße. Insgesamt könnte das Bild einen Ticken heller sein. Aber die Gesamthelligkeit und diese dunkle Stimmung gefällt mir eigentlich ganz gut. Nur die Belichtung der Füße eben nicht. Der Horizont verläuft leicht schief. Den hätte ich vielleicht auch noch ein bisschen gerade ausgerichtet. Ein wirklich gut gemachtes, witziges, mit einer guten Idee versehenes Foto. Der Sebastian Ritter hat eingesandt ein Bild aus den Bergen. Und ja, das zeigt hier schön, wie gewaltig so ein Stausee ist. Und vor allem, wie hoch so eine Staumauer. Denn wenn ihr mal guckt, die kleinen Flecken auf der Staumauer sind ganz offensichtlich Menschen. Und das ist der Perspektive geschuldet, weil er hier mit seinem Kamerstandpunkt relativ hoch steht. Das sieht man ja auch an den Menschen, die sich hier unten auf dem Weg zwischen Haus und Staumauer befinden. Ja, da ist eine Menge Wasser aufgestaut, wo auch immer das ist. Ich finde das von der Belichtung her sehr schön. Die Spiegelung ist auch okay. Der Winkel gefällt mir ehrlicherweise, obwohl es so steil runter ist, auch ganz gut. Und ja, insgesamt, finde ich, ist das auch eine durchaus gelungene Aufnahme aus den Bergen. Von Franz-Josef Zorn haben wir hier ein Bild. Es scheint ein Panorama zu sein, und zwar von einem Wasserloch in Botswana. Ja, Franz-Josef. Also, als erstes mal schön Botswana, cooles Reiseland, alles von Nabar. Das ist mit 24 Millimeter fotografiert. Und mein Gefühl sagt mir eigentlich, dass es höchstwahrscheinlich kein Panorama ist, sondern ein Zuschnitt. Aber das, da kann ich mich auch täuschen. Was mir auffällt, ist, dass es sehr zweidimensional ist. Also, es fehlt für ein Panorama dringend Vordergrund. Es könnte also einen Vordergrund haben. Dann sehen wir hier so Pflöcke, die hier eingeschlagen sind. Höchstwahrscheinlich sind das die Pflöcke, wie dicht man rangehen darf. Die hier unten rechts im Bild sind. Die haben da im Bild nichts zu suchen. Die Tiere sind halt unfassbar klein. Und gerade bei einem Panorama würde ich erwarten, dass du jetzt mit viel Brennweite, du hast 24 Millimeter benutzt, ich sag mal mit 135 Millimeter, dicht an dem Wasserloch dran bist. Und dann im Panorama erzeugst du, dass die Tiere richtig schön groß im Bild sind und nicht so winzig klein die Zebras da hinten sich im Hintergrund verlieren. Dazu kommt ein relativ hoher Standpunkt. Auch der sorgt dafür, dass die Tiere im Hintergrund untergehen, weil sie eben nicht über den Horizont hinausragen. Ich finde es ehrlicherweise kein gutes Afrika-Foto. Helge Rieder hat hier in Montafron fotografiert. Ja, ich finde als erstes mal die Tiefenstaffelung ganz okay. Ich finde, der Dunkelberg unten rechts im Vordergrund könnte noch ein bisschen mehr Fläche im Bild einnehmen. Nicht viel, aber ein bisschen mehr. Die Wolken sind auch ganz beeindruckend. Das ist natürlich eine krasse Abstufung von Blautönen über das gesamte Bild hinweg. Der Himmel ist, naja, da könnte mehr rausgearbeitet sein. Aber auf der anderen Seite sollen die Berge natürlich so diesig bleiben. Das müssen wir also mit einer lokalen Anpassung machen. Und was mir nicht gut gefällt, ist unten in der Mitte am Bildrand dieser helle Bereich, wo so ein bisschen Streiflicht drauf fällt auf den Hang und dort die Wiesen so ein bisschen anstrahlt. Und da hätte ich super gern drauf verzichten können. Von Kai Jonas haben wir diese Aufnahme. Ja, das ist eine sehr schöne Panorama-Aufnahme. Das hier ist, glaube ich, ein Panorama-Format. Wenn ich da so hingucke auf die Pixel, dann wird das sehr wahrscheinlich ein Panorama-Format sein. Also auch als Panorama fotografiert. Dafür spricht auch, dass der Hintergrund so ein bisschen gebogen erscheint. Gefällt mir. Mega, sehr schöne Spiegelung. Ich finde es auch ganz gut, dass dort noch jemand auf dem Steg steht. Ich weiß nicht, angelt der da? Oder ich muss da mal kurz rübergucken. Oder nee, das ist vielleicht jemand, der zu deiner Gruppe gehört. Oder deine Partnerin oder was der gäbe. Da steht also jemand auf dem Steg. Der könnte, wenn er da nicht angelt und einfach nur so dasteht, seitlich, vielleicht noch ein bisschen schöner dastehen. Nichtsdestotrotz ist es ein richtig tolles Panorama. Richtig schön. Mich würde interessieren, wo das aufgenommen ist. Vielleicht, Kai, magst du das hier unten in die Kommentare reinschreiben? Würde ich mich super freuen. Auf alle Fälle tolle Belichtung, tolle Klarheit. Und auch überhaupt nicht schlimm, dass es so mittig ist. Es ist sehr schön symmetrisch in diesem Fall. Von Peter Fritze haben wir hier eine Aufnahme, die zeigt ganz offensichtlich den Karwendel mit Spiegelung. Offensichtlich ist es für mich nicht, aber nur insofern, dass das Bild den Titel trägt. Hier ist die Spiegelung ein bisschen außermittig, was auch gut kommt. Besonders hier, weil der Himmel oben noch so ein bisschen Zeichnung hat. Das finde ich gut gelöst. Das Bild wirkt so ein bisschen flau, wie so ein etwas übertriebenes HDR. Das finde ich nicht ganz so schön, dass die Bäume so einen relativ wenig Kontrastumfang haben. Und die Pflanze, die hier im Vordergrund unten links reinragt, die ragt halt so an einer ätzenden Stelle rein, so unscharf rein, nicht gut rein, angeschnitten rein. Links am Bildrand dazu noch irgendwie so ein Strauch, der auch noch mit reinragt. Da hättest du einfach einen halben Schritt vorgehen sollen. Ja, da hättest du im Wasser gestanden. Ich sehe aber ja schon, dass das Wasser nicht besonders tief ist. Schuhe aus, Socken aus, Hose hochkrempeln, rein ins Wasser mit der Kamera. Und wenn du schon dabei bist, hätte ich vielleicht auch noch versucht, die Kamera so niedrig zu kriegen, dass die Stromleitungen nicht zu sehen sind oder diese nachträglich ein bisschen da am Hang noch weggemacht. Ansonsten ist es theoretisch von der Belichtung sehr schön, wenn der Kontrast ein bisschen größer wäre und auch tolle Bildschärfe, gutes Motiv. Von Jörg Düvel haben wir diese sehr kontrastarme Aufnahme. Ja, Jörg, auch die gefällt mir. Hier finde ich es schön, dass wir einen Vordergrund sehen können und dann den Hintergrund auch. Und dazwischen sehen wir nichts. Das finde ich wirklich sehr gelungen. Das kann man nicht anders sagen. Das hast du gut gelöst. Und das macht die Stimmung dieses Bildes aus. Gleichzeitig haben wir viele verschiedene Grauabstufungen überall in dem Dunst und dem Nebel und den Wolken. Das gefällt mir auch gut. Dein Wasserzeichen unten auf der freien Fläche ist wieder ein bisschen arg hart und übertrieben, habe ich dir, glaube ich, schon mal gesagt. Das musst du selber entscheiden. Da ist es eh am leichtesten weggemacht von allen Stellen. Insofern weiß ich nicht, ob das so richtig Sinn ergibt. Aber trotzdem insgesamt ein wirklich gutes Landschaftsfoto bei Nebel und Schnee. Von Markus Hauser kommt diese Einsendung einer Blüte. Ja, Markus, sehr dunkel belichtet. Sehr dunkel belichtet. Sehr... Das Licht wirkt sehr künstlich, als hättest du geblitzt ein bisschen von der Seite. Die Blüte ist gar nicht schön angeschnitten. Besonders oben nicht. Hinzu kommt, dass die Schärfe mitten in der Bildmitte liegt. Das ist etwas, was ich hier so oft sage, warum müsst ihr immer den mittleren Fokuspunkt benutzen zum Scharfstellen? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn bei den allermeisten Motiven. Und das ist hier so ein Klassisches, wo das wirklich gar nicht sinnvoll gewesen ist. Die Schärfe schön weiter vorne liegen können. Beziehungsweise sonst die Blüte eben an anderen Stelle. Und dann wäre es auch wieder auf dieser Blüte okay gewesen, wenn man es anders geschnitten hätte. Und da habe ich einen Hinweis, Markus, der betrifft nicht dich persönlich, sondern hier alle. Wenn ihr Art in eure Signatur oder euren Namen in einem Forum bei Facebook und so weiter schreibt, dann macht bitte Fotos, die dem auch so ein bisschen entsprechen. Das hier ist eher halbwegs solides Handwerk, aber mit Kunst hat es wirklich nichts zu tun. Besonders nicht, weil wir im Hintergrund auch noch so ein paar helle Flecken sehen in der Unschärfe. Da würde ich mir das verkneifen. Von Martin Hund haben wir einen Sonnenuntergang fotografiert in Kadis. Und die Möwe ist ziemlich direkt vor dem Sonnenuntergang, also vor der Sonne. Ja, ist überhaupt nur möglich, das Bild so zu machen, weil die Sonne dort kurz hinter den Wolken verschwunden ist. Ansonsten wäre der Kontrast so heftig, dass natürlich total im Hintergrund ausbrennen würde. Ich finde das Bild insgesamt ganz gut. Hier hätte ich tatsächlich vielleicht noch auf ein etwas breiteres Format geschnitten, also unten was weggenommen, weil in der Tat im vorderen Bereich hier ist es sehr, sehr dunkel. Das ist nicht komplett abgesoffen. Ich wette, man könnte da was retten. Das macht aber gar keinen Sinn, weil es ist bestimmt nichts Hübsches, was man da sehen könnte. Aber diese Häuserfront und diese Häuser mit den Antennen obendrauf und sowas, wenn die jetzt unten den Rand bilden würden und nicht das untere Drittel dann, oder sogar mehr als das untere Drittel, dann wäre das, glaube ich, aus meiner Sicht sehr viel schöner. Und die Möwe könnte wieder noch ein bisschen mehr von der Sonne separiert sein und ein bisschen mehr vor dem hellen Bereich fliegen oder deutlich weiter oben im Bild. Aber das ist dann vielleicht auch ja mal auf hohem Niveau. Insgesamt würde ich es einfach jetzt im Nachhinein anders schneiden. Von Hans Nater haben wir eine Aufnahme auch aus den Bergen. Ja, das wirkt sehr beeindruckend und auch relativ dynamisch tief. Das hängt damit zusammen, dass du die linke Bildseite geschlossen hast mit dem Bergmassiv und es dann rechts über den Bergkamm ins Tal sehr viel tiefer runter geht, sehr wahrscheinlich. Also auf alle Fälle gucken wir dort auf die Wolken. Es hat eine gute Überlichtung und eine gute Schärfe. Es ist nicht das allerbeste Licht, aber das lässt sich für die meisten von euch, und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Hans, natürlich nicht vermeiden, weil in der Regel seid ihr nicht in den Alpen, wenn Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang ist, denn dann kommt ihr da normalerweise gar nicht hin, beziehungsweise wenn, müsstet ihr dort in eurem Zelt übernachten. Das machen natürlich nur wenige Menschen auf dieser Welt, also zumindest nicht der Massentourist oder der Tagesausflügler. Und von daher ist das Licht halt nicht ganz so besonders. Das Wolkenbild ist ja schön, du hast doch einen guten Winkel erwischt. Ich hätte es vielleicht unten noch ein bisschen abgeschnitten oder aber da zwei so kleine Makel entfernt, nämlich diesen kleinen Schneefleck, der da noch ist und diesen dunklen Bereich, der neben dem Schneefleck ist, aber ansonsten ein ganz gut gelöstes Foto. Von Michael Schröder haben wir ein Bild der Klosterruine in Heisterbach. Ja, Michael, vielen Dank auch für deine Einsendung. Auch du hast zu nicht ganz so gutem Licht fotografiert. Die Sonne steht relativ hoch. Dann hast du die jetzt relativ weitwinkelig fotografiert und die Blende ein bisschen geschlossen und die Sonne nur so durch die Blätter luken lassen und dadurch ist dieser Stern entstanden. Der ist okay. Das ist nicht der schönste Stern, den ich je gesehen habe. Im Gegenteil, ist eher so ein bisschen hässlich, wenn du mich fragst, weil er arg viele Strahlen hat und die auch noch so ein bisschen ausgefranst sind. Aber das kann man schon so machen. Und die Ruine in diesem Hochkant festzuhalten, das hast du natürlich getan, weil du den Sonnenstern abbilden wolltest. Das ist aber vielleicht nicht die allerbeste Idee. Insgesamt ist die Lichtrichtung nicht so eine ganz gute Idee in diesem Fall, finde ich, weil das Licht von hinten schräg kommt. Und das Einzige, was ich daran gut finde, ist, dass das Sonnenlicht, was durch die Fenster fällt, sich in der Wiese wiederfindet. Ansonsten bringt es dem Motiv aber nicht richtig nach vorne, weil das natürlich sehr im Schatten liegt und dadurch fehlt dem Motiv, also der Klosterruine, in diesem Fall einfach ein bisschen Tiefe, ein bisschen Struktur, ein bisschen Dynamik, ein bisschen Plastizität. Das geht alles flöten, weil sie so im Schatten liegt. Von Kai Jonas haben wir dann noch diese Aufnahme hier. Ja, was das ist, weiß ich nicht. Es ist auf alle Fälle eine sehr lange Belichtungszeit. Das gefällt mir ganz gut. Ich glaube, Kai, wir hatten vorhin schon mal ein Bild von dir. Die sind hier beide reingeraten. Wie auch immer, es gefällt mir ganz gut aufgrund der langen Belichtungszeit. Ich gucke mal schnell hier rüber. Es ist belichtet 45 Sekunden. Da sind die Wolken deutlich weitergezogen. Die Fahne hat ein bisschen geweht und so weiter. Die Brücke hier oder der Zugang, auf dem du stehst, steht fest. Und deswegen sieht das im Himmel so dynamisch aus, wie es aussieht. Hochkant finde ich hier tatsächlich ganz gut. Vielleicht hätte man hier sogar auf Quadrat schneiden können und zusehen können, dass die Ecken des Geländers in die Ecken des Bildes laufen. Das geht natürlich nicht ganz, weil du ein bisschen außermittig auf diesem Zuwegung gestanden hast und nicht genau in der Mitte. Aber eine schöne Schwarz-Weiß-Umwandlung. Mir gefällt auch die Linienführung über diesen Weg rein ins Bild. Und mir gefallen auch die Holzbohlen nah am Boden. Das ist insgesamt schon gut gemacht. Dann haben wir hier eine Aufnahme von Kai Brücher. Und der Kai hat einen Bildtitel gewählt. Der heißt Gefangen, Traurig, Gelangweilt. Ja, Kai, wenn du das jetzt hier zugeschrieben hättest, das ist kein typisches Zoo-Bild, finde ich. Dadurch, dass wir wenig Hintergrund sehen, wenig Vordergrund sehen, ein bisschen das Bambusgras, was ein bisschen unnatürlich hier im Vordergrund ist, vielleicht aber ansonsten, und ich ahne, vielleicht, dass wir hier ein paar Gitterstäbe oder so etwas Ähnliches sehen, weil es hier im Vordergrund so helle Reflexe gibt, wo du es wahrscheinlich durch einen Zaun durchfotografiert hast. Aber dem Otto-Normal-Bildbetrachter wird das vielleicht gar nicht auffallen. Dann könnte man das vielleicht sogar für Waldleif halten. Du hättest vielleicht noch ein bisschen dichter rangehen können. Du hättest vielleicht noch ein kleines bisschen mehr die Blende öffnen können. Du hättest noch ein bisschen besser die Lücke im Zaun treffen können mit deiner Optik und so weiter. Nichtsdestotrotz, ich finde das ein ganz gutes Foto. Ich finde die Schutzweiß-Umwandlung auch gelungen. Und ich finde nicht, dass der Leo hier traurig aussieht. Und nach Gefangenschaft eben, wenn man das nicht ahnen will, dass es hier im Vordergrund Gitterstäbe sind, auch nicht unbedingt. Und ich finde auch nicht, dass er gelangweilt guckt. Ich finde eher, dass er ziemlich heftigen Augenkontakt mit deiner Frontlinse aufgenommen hat. Und so ein bisschen abschätzend guckt, ob da was zu erwarten ist, ob da Gefahr von ausgeht oder ob es gleich was zu fressen gibt. Ich finde es für ein Zoo-Foto ganz gut. Natürlich finde ich das Unruhige rechts unten in der Ecke nicht so gelungen und rechts oben in der Ecke auch nicht. Das hätte man ein bisschen anders schneiden können und so weiter. Aber ich kann die Exif-Darte nicht sehen. Ich finde das insgesamt für ein Zoo-Foto kein so ganz schlechtes Bild. Von Max Studer haben wir hier eine Aufnahme von einem Steg. Und der Steg steht im Pfeffiker See, wo auch immer das sein mag. Ja, auch sehr schön gemacht, gut fotografiert, schön sanft, schön seicht, Belichtungszeit gut gewählt. Der See relativ glatt, die Wolken mit einer leichten Unschärfe aufgrund der Wolkenbewegung. Das gefällt mir. Gut symmetrisch ausgerichtet, also darauf geachtet. Und das ist ja ein handgezimmerter Steg. Der kann nicht ganz symmetrisch sein. Also von daher auch das gut gelöst. Farben finde ich ganz gut. Bildaufteilung finde ich ganz okay. Jetzt wäre es natürlich schön, hier würde auf dem Steg tatsächlich noch ein Angler stehen oder irgend so was. Also irgendwas, das ein bisschen Leben ins Bild bringen würde. Da ich da eine Belichtungszeit in den Exif-Daten nicht sehen kann, weiß ich nicht, ob das möglich gewesen wäre, dass jemand da die vielen Sekunden stillsteht, sitzt oder was auch immer. Ja, das hängt ein bisschen von der Belichtungszeit ab. Aber insgesamt finde ich, ist das eine ganz gute Langzeitbelichtung bei Tag. Vielleicht noch ein bisschen am Sensor mal gucken. Scheinen mir überall so ein paar Sensorflecken zu sein, wenn ich mich nicht total täusche. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie stark du die Blende geschlossen hast, weil ich deine Exif-Daten nicht sehen kann, aber da sind überall Flecken drauf. Da könntest du vielleicht nochmal beigehen und den Sensor reinigen lassen. Von Manfred Schwarz haben wir diese Aufnahme hier, das ist ein Sonnenuntergang, der ist am Warmsee gemacht. Warm wie warm und See wie See. Auch da weiß ich nicht, wo es ist. Auf alle Fälle eine schöne Bildkomposition mit diesem toten Baum, der da drin liegt. Wenn du ihn da hingetragen haben solltest, ideal toll gemacht. Sowas mitzubringen hilft immer. Ich finde auch, dass du den hohen Standpunkt, den hast du sehr wahrscheinlich gewählt, um das Maximum an Spiegelung ins Bild zu bekommen. Und wir sehen ja auch sehr schön, wie die durchziehenden Wolken hier im Vordergrund, also ganz unten am Bildrand, diese hellen Bereiche auf die Wasseroberfläche zeichnen. Das ist gut gelöst und das hängt natürlich damit zusammen, dass es sehr symmetrisch fotografiert ist und vor allem auch aus relativ hoher Perspektive. Normal würde ich sagen, mit einem Weitwinkel noch dichter rangehen an den Baum und dann tiefer, damit der Meer nach vorne und nach oben ragt. Aber in diesem Fall muss ich ganz klar sagen, hast du das schon gut gemacht. Mir gefällt das insgesamt ganz gut. Für die Technikinteressierten 210 Sekunden belichtet. Die nächste Aufnahme ist von Horst Dunkhorst und zeigt eine Innenaufnahme vom Jin Mao Tower. Ich bin mir ziemlich sicher, das ist der in Shanghai. Den wird es vielleicht häufiger geben, den Mao Tower, aber in dem Fall, ich bin mir ziemlich sicher, dass es in Shanghai ist. Ja, was mir als erstes auffällt, ist, dass das hier tatsächlich so ein bisschen unscharf wirkt und auch so ein bisschen verrauscht. Das ist gemacht mit nur 1250 ISO, aber mit einer Dreißigstel, höchstwahrscheinlich ohne Stativ. Und es wirkt so ein bisschen krisselig. Jetzt gucke ich noch mal ein bisschen dichter rein. Ja, das ist doch recht unscharf und vor allem auch recht rauschig. Ich glaube, es ist auch an die falsche Stelle fokussiert. Der Fokus liegt nämlich hier sehr weit unten und nicht in der Mitte drin und vor allem ist es natürlich überhaupt nicht schön ausgerichtet. Also das ist so ein Motiv. Da heißt es, sich mal 10 Minuten Zeit nehmen, um eine vernünftige, saubere Ausrichtung zu generieren. Und wenn man dann sein Stativ dabei hätte oder aber die Kamera ablegen können sollte, dann würde es halt helfen, den ISO-Wert auch ein bisschen runterzunehmen und ein bisschen länger zu belichten. Kommt dazu, du hast es relativ offenblendig fotografiert. Okay, das musste wohl so sein, damit du überhaupt auf die passende Belichtungszeit und den ISO-Wert kamst. Dann hätte es vielleicht noch geholfen, nur du hast mehrere Aufnahmen gemacht, die sind ja zusammengesteckt, aber dazu muss eben die Kamera nach Möglichkeit irgendwo ruhig liegen beziehungsweise auf dem Stativ stehen. Von Kevin Hasse haben wir aus der Garnitzenklamm eine Aufnahme von einem Wasserfall. Ja, Kevin, du hast erstmal insofern alles richtig gemacht, dass du schön in oder entgegen der Flussfließrichtung fotografiert hast. Du hast im Wasser gestanden höchstwahrscheinlich und das ist soweit alles gut. Du hättest meiner Meinung nach ein bisschen dichter rangehen können. Ich kann die Brennweite nur schätzen und nicht sehen, weil EXIF-Daten fehlen. Aber ein bisschen mehr Reinsum hätte dem Ganzen, denke ich, gut getan, damit wir ein bisschen mehr im Wasserfall drin wären. Kamera Position noch ein bisschen tiefer nehmen, hätte auch geholfen, auch um zum Beispiel rechts den toten Baum, der da liegt, nicht im Bild zu haben. beziehungsweise wenn der irgendwie bildwichtig ist, dann geh doch weiter rüber nach rechts noch im Wasser und nimm den Meer in den Vordergrund, sodass der vernünftig zur Geltung kommt und nicht so, ich sag mal, liebloses Beiwerk ist. Belichtungszeit ist aber gut, ist relativ lang belichtet. Und ja, schöne Schärferz auch, alles soweit sonst, okay. Dieter Florian hat dieses Bild eingesandt. Dieter hat auch ein bisschen entgegen der Schließrichtung gestanden, nicht ganz so doll wie du, Kevin. Das ist allerdings, Dieter, viel zu duster. Das ist sehr stark unterbelichtet. Besonders an den Ecken, höchstwahrscheinlich hast du einen Graufilter verwandt und zwar einen Graufilter, der durchgefärbt ist. Wer sich für das Thema Filterfotografie interessiert, in der, im Moment, jetzt wo das hier rauskommt, aktuellen Folge der Fotofonie, also dem Podcast, den ich mit dem Dieter Bethke mache, gibt es eine Folge zum Thema Graufilter und besonders zu den neuen Graufiltern, die nicht mehr durchgefärbt sind, sondern beschichtet. Und dann hat man die Vegetierung in den Ecken nicht und das ist hier wirklich ganz schön heftig, wie dunkel es ringsherum ist. Belichtet ist es fünf Sekunden. Da ist eine Menge Wasser runtergeflossen und in der Tat ist es so, dass das Wasser an manchen Stellen schon ausgebrannt scheint. Das wird es nicht sein, aber es wirkt sehr, sehr hell und da hätte man vielleicht im Rohrkonverter noch was retten können. Ansonsten, wie gesagt, wäre mein Tipp, auf besseres Licht warten beziehungsweise zwei Aufnahmen machen. Auf alle Fälle, die sie hier besser belichten, weil die Umgebung doch sehr, sehr dunkel ist. Bildkompositorisch ganz okay. Der angeschnittene Stein unten am Bildrand, da wäre ich mit der Kamera etwas tiefer gegangen und hätte den einfach bildwichtiger ins Bild genommen. Von Tim Kamele haben wir diese Einsendung hier. Ich weiß nicht, wo das gemacht ist, aber es ist ein sehr schöner Leuchtturm. Wir haben auch gut gelöst mit dem Kondensstreifen, der hier so ein bisschen das Leuchten des Leuchtturmes simulieren soll, nehme ich jetzt mal an. Das gefällt mir ganz gut. Ich finde das Hochkant hier auch gut gewählt. Es ist bei hohen Objekten nicht unüblich zu sagen, ich mache da ein Hochkantbild von. Ich finde es schade, dass unten im Sand dieser Stein genau in der Mitte da noch so reinragt. Den würde ich irgendwie abschneiden oder aber besser wäre es sogar noch, den digital zu beseitigen, weil der Raum, den der Sand da unten einnimmt, nicht ganz unwesentlich ist. Sonst finde ich es ein schönes Leuchtturmbild und ich habe gerade wahnsinnig viele Leuchttürme selber fotografiert. Wir waren ja auf Fotoreise in der Bretagne und fahren da auch 2019 wieder hin. Aber das hier gefällt mir für eine Tageslichtaufnahme auch ganz gut. Johannes Ebing hat diese Aufnahme eingesandt von einer Sonnenblume mit einer Hummel drauf und oben auf der Sonnenblume sitzt noch eine kleine Fliege oder irgendetwas. Und die hätte ich sofort mal beseitigt da oben. Ansonsten finde ich das ein ganz gutes Sonnenblumenfoto. Mal was anderes als einfach so in das Sonnenblumenfeld rein zu fotografieren. Ich finde auch den Hintergrund mit dem Blau ganz schön. Das passt komplementärfarbenmäßig zu dem Gelb ja ganz gut. Und natürlich würde ich es jetzt schöner finden, die Hummel würde in Kamerarichtung gucken. Da brauchen wir nicht lange drüber reden. Aber die sitzt gut in der Schärfenebene. Für eine Makrofolge wäre es jetzt kein Highlight, das Foto. Aber für so eine gemischte Folge finde ich es kein schlechtes Bild. Auch eine schöne Diagonale von dem Gelb von unten links, die nach oben rechts in die Bildecke rausläuft. Da hätte man vielleicht sogar noch mal ein bisschen mutiger oben anschneiden können. Und vielleicht auch rechts noch ein bisschen was abschneiden. Denn unten rechts in der Ecke guckt auch noch so ein bisschen was Scharfes irgendwo nach hinten hindurch, so wie es aussieht. Aber ein ganz gutes Sonnenblumenfoto aus meiner Sicht. Joan Arling hat dieses Bild hier eingesandt. Ja. Schöne Beleuchtung. Die hast du nicht gemacht, aber ist trotzdem schön beleuchtet. Ich weiß nicht, ist das Zeche Zollverein? Oder also irgendein Kulturdenkmal aus dem Pott, sage ich jetzt mal so, hier aus meiner norddeutschen Sicht. Schön beleuchtet. Du hast es auch tatsächlich ganz gut fotografiert. Das ist eine gute Schärfe. Es fehlt dem Ganzen am Vordergrund. Die ganzen Birken hier im Vordergrund, die das so eingewachsen darstellen. Ja, wenn du die mit draufnimmst, dann nimm sie ganz mit drauf. Das kennt ihr schon von mir. Dann würde ich mir einfach mehr von der Birke erwünschen, als nur die Baumwipfel. Die beiden Schornsteine bilden so einen ganz guten Kontrast. Rechts und links am Bildrand. Aber insgesamt ist es doch ein bisschen platt fotografiert und ein bisschen unausgewogen. Also mir fehlt so ein bisschen die Bildspannung in dem Bild. Also dass irgendwie was Spannendes ist und irgendwas, was über eine Diagonale gut aussieht oder das Bild nach vorne bringt oder irgendwas. Das finde ich so ein ganz kleines bisschen schade in dem Fall. Von Dirk Deutsch haben wir hier aus dem Schlossgarten in Schwerin eine Aufnahme. Sehr schön gelöst. Hier sehr schön mit der Sonne. Die hat auch sehr viele Strahlen, aber die kommen sehr viel klarer durch als vorhin auf dem Foto, was wir schon gesehen haben. Sehr schön symmetrisch ausgearbeitet, sich ein bisschen Zeit genommen, hingeguckt, nochmal kontrolliert, an meine Worte gedacht und dann entsteht halt so ein Foto. Das ist auch nicht hundertprozentig symmetrisch, aber doch deutlich besser als das meiste, was wir sonst hier zu sehen bekommen. Und ja, jetzt hätte der Vordergrund noch ein bisschen aufgehellt werden können. Also ich hätte vielleicht aus den Ecken unten links und rechts raus noch ein bisschen einen Verlauf reingezogen, der ein bisschen heller wäre. Das wird dem Bild noch helfen. Mir gefällt, dass von hinten auch das Sonnenlicht auf die Scheiben fällt und die auch so golden das reflektieren. Das mag ich durchaus. Ich finde auch, der Himmel ist gut rausgearbeitet. Vielleicht beim nächsten Mal noch rechts den Baum, der im Hintergrund steht, Fällen oben am Bildrand. Nein, natürlich nicht. Aber du weißt, was ich meine. Ansonsten finde ich es eine schöne Aufnahme. Und hier wäre es vielleicht auch ganz hilfreich, wenn jetzt irgendwo jemand tatsächlich in der roten Jacke stehen würde oder sowas. Also jemand, der ein bisschen noch den Blick auf sich zieht. So ist es eine sehr cleane Aufnahme. Das mag ich ja eigentlich. Ihr fehlt halt ein bisschen das Leben. Von Markus Trautwein haben wir diese Einsendung hier. Es ist auch eine Art Sonnenblume, glaube ich. Also es ist keine, nicht so eine richtige Sonnenblume. Ich weiß nicht ganz genau. Ist auch Wurst. Es sitzt auch eine kleine Fliege drauf. Das ist hier nicht ganz so schlecht gelöst wie bei dem anderen Foto von dem Johannes mit der Fliege neben der Hummel, weil die Fliege hier noch so halbwegs mit in der Schärfenebene sitzt. Aber die Bildgestaltung ist natürlich nichts. So mit der Sonnenblume ziemlich genau zentral im Foto. Ja, ich weiß, sie sitzt ganz leicht außer mittig, aber das kann ich hier nicht rechnen. Da sitzt quasi mittig im Foto. Und der Hintergrund ist zwar schön weich, aber wir sehen auch noch von den Blättern genug und so weiter. Das finde ich kein gutes Blumenbild. Von Helge Klaus-Rieder kommt diese Aufnahme hier, die irgendwo laut Bildtitel in England fotografiert wurde. Ja, schöner alter Hof. So ein bisschen ranzig und Lost Place-mäßig sieht es für mich aus. Aber das ist wahrscheinlich der Gegend geschuldet, die irgendwie jetzt wahrscheinlich strukturschwach ist. Fotomäßig. Naja, das ist jetzt nichts zum Aus-der-Haut-Fahren. Also du hast hier einen offenen Weg gestanden, der zu einem Gatter führt, wo drei Leute stehen. Und links befindet sich das Gehöft mit den Bäumen dahinter. Also, ja, das liegt nicht genau auf der Mitte, sondern es liegt so ein bisschen nach unten verlagert. Dadurch haben wir diesen gewaltigen Berg an Wolken von oben. Aber wenn ich jetzt sagen würde, das ist so ein richtig dolles Landschaftsfoto oder ein dolles Foto von dem Gehöft, dann müsst ihr die auch wirklich anlügen. Das finde ich ein Erinnerungsfoto. Das hat vielleicht in eurem privaten Fotobuch von der Reise auch durchaus einen Platz gefunden und vielleicht auch berechtigt den Platz. Für mich eben kein herausragendes Bild. Adolf Berchtenbreiter hat dieses Bild hier eingesandt. Das Bild zeigt irgendwie eine alte Burgruine. Ist wahrscheinlich auch irgendwo auf den britischen Inselnteppich mal. Das ist 30 Sekunden belichtet. Ganz offensichtlich, denn wir sehen auch hier schön glatt das Wasser und auch die Wolken so ein bisschen gezogen. Es hätte total geholfen, Adolf, wenn du während der 30 Sekunden Belichtungszeit nicht gegen Stativ getreten wärst. Weil das Bild ist komplett unscharf. Ich weiß nicht, hast du das nicht gesehen? Also es ist komplett unscharf. Es ist eine Doppelbelichtung, also ein Geisterbild, weil dein Stativ gewackelt hat oder der Wind hat daran gezerrt oder was auch immer. Liebe Leute, guckt euch doch bitte eure Fotos an, bevor ihr sie hierher sendet. Es gibt doch keinen Sinn, sowas hier einzusenden. Das sehe ich auch in der kleinen Ansicht an meinem Monitor mit der schlechteren Auflösung. Ich gucke nicht mal auf das Retina und kann sofort erkennen, dass die Burg nicht richtig scharf ist und da der Rest in der Spiegelung ziemlich scharf aussieht, weil durch die sehr lange Belichtungszeit da es nicht so auffällt, dass wir ein doppeltes Bild haben. Fällt mir das da natürlich total auf. Ja, das ist nichts, das gehört gelöscht. Von Dieter Nikodem haben wir diese Aufnahme hier von norddeutschen Windkraftwerken zusammen mit einem heftigen Wetterphänomen, weil ich glaube, nach hinten rechts Richtung Horizont auch schon so das Wasser von oben rausstürzen zu sehen aus den Wolken. Dieter, für dich gilt auf alle Fälle gerade ausrichten, alles ein bisschen gerade machen und nicht so stürzend lassen, weil diese Windkraftwerke stehen nun wirklich sehr gerade. Dass das Erste hier nicht ganz drauf ist, das kann ich verschmerzen, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr abschneiden, aber hier fehlt es dem Bild natürlich total an Dynamik. Das ist mit einer Neunzigstel fotografiert und es gibt keine Unschärfe auf den Rotoren, also kaum. So eine Leichte gibt es, auf dem der hier am dichtesten dran ist, sieht man das unten an der einen Spitze so ein bisschen, dass es unscharf ist. Aber hier wünscht sich doch jeder, der sich das anguckt, keine Ahnung, in keinem Fall eine Neunzigstel, sondern eher eine Zehntel oder eine Fünftel, sodass wir richtig Dampf auf den Rotoren haben, richtig Unschärfe, richtig Bewegungsunschärfe und man richtig sieht, dass es da stürmt, sodass es zu dem Wetter auch irgendwie passt. So ist das einfach nur, meiner Meinung nach, eine Aufnahme von drei Windkraftwerken und ein bisschen Wolke im Hintergrund kann man auch mal schnell mit seinem iPhone machen, wenn man eh schon da steht. Von Florian Neumann haben wir ein Partyfoto, oh, das haben wir wenig hier, so die Art von Bildern. Ja, finde ich gut gelöst, Florian. Die Schärfe sitzt so ziemlich in der Mitte, also da, wo der DJ und die Gäste in den vorderen Reihen sind und die, die hier im Vordergrund stehen, sind eher so ein bisschen unscharf, das ist für mich okay. Von denen hier im Vordergrund, die ein bisschen unscharf sind, könnte man vielleicht sogar zwei, drei mehr hier im Vordergrund gebrauchen. Das sind ja irgendwelche, das ist ja ein Festzelt oder irgend sowas, hier scheinen ja so Festzeltkornitoren im Vordergrund zu stehen. Ich finde die Spots, die von hinten reinleuchten, sehr gut. Sie sind zwar da, wo sie starten, überstrahlt, aber insgesamt sieht man durch sie hindurch noch so ein kleines bisschen Zeichnung, was richtig gut belichtet ist, also es ist insgesamt genügend Licht da gewesen, um das so anzufertigen. Gefällt mir wirklich gut. Finde ich ein ganz gutes Partyfoto. Und das ohne, dass wir jemanden so richtig wirklich drauf erkennen und dass jetzt die richtig geile Struktur da drauf ist. Es ist schon ein ziemliches Durcheinander, aber ich finde das belichtungsmäßig gut gelöst. Von Jörg Düvel haben wir hier eine Einsendung von einem Sonnenuntergang. Ja, da fährt so ein Fischkutter raus, sehr schöne Stimmung im Himmel, alles soweit gut. Himmel auch sehr dramatisch, wenig an den Belichtungswerten hinterher gezerrt, das tut dir auch nicht unbedingt Not, das könnte natürlich noch kitschiger aussehen, muss es aber nicht. Das könnte auch im Vordergrund noch klarer sein, muss es aber nicht. Das wirkt ganz gut gelöst. Ich finde auch die Platz in Fahrtrichtung gut, da wo das Schiff ist, finde ich ganz gut. Ich finde, du hättest vielleicht wieder ein bisschen tiefer gehen können, dass das Schiff noch ein bisschen vor den Himmel ragt, aber das sage ich bei jedem dritten Foto, dass eure Kamerastandpunkte oft zu hoch sind. Ja, insgesamt ein stimmungsvolles Sonderregungsfoto. Von Daniel Hebringer haben wir hier ein Foto von der Berliner Autobahn, wie ich den Bildtitel entnehmen kann und auch am Vattenfallkraftwerk im Hintergrund sehe. Ja, Daniel, hier gilt es wieder, schreib mir, was das Bild aussagen soll. Also ja, gute Belichtungszeit für den Verkehr, wirklich, also technisch richtig gut gemacht, aber bildgestalterisch, das Geländer hier im Vordergrund sorgt natürlich dafür, dass die Autos da so ein bisschen entgegenfahren und das ist vielleicht tatsächlich auch so gewollt, aber das stört mich schon sehr besonders, wenn ich bedenke, dass wir unten links auch noch unter dem Geländer durchgucken können in dem Bild. Die Laterne rechts am Rand hast du wahrscheinlich gut gemeint, aber wenn wir was rechts am Rand platzieren, dann was Dunkles, dann steht eh schon der Baum. Die Laterne könnte also gut ein bisschen weiter in die Bildmitte mit reinragen. Die drei Schornsteine, ja, wenn wir den dritten ordentlich sehen würden und der bei uns nicht vom Baum verdeckt wäre, wäre das auch ganz okay. Und die Zeichnung im Himmel ist auch okay, also belichtet, wie gesagt, das ist dolle, aber das Motiv ist nicht meins, gibt mir nichts, kann ich wenig mit anfangen. Was soll uns dieses Bild sagen? Schreib es in die Kommentare. Von Markus Bieg haben wir hier vom Leimbach bei Wiesloch eine Aufnahme. Ja, Markus, bei dir sehr schöne Stimmung im Himmel, tolle Wolken. Dieser umgefallene Baum dort, der symbolisiert so ein bisschen für mich, dass nach einem schweren Sturm jetzt es wieder aufgeklart ist und deswegen diese aufgerissenen Wolken da oben sind. Das finde ich soweit okay. Das Haus ist natürlich nicht das Hübscheste, das wirst du selber wissen und hinten die Betonbrücke, wo da höchstwahrscheinlich dein Auto drauf parkt, geht auch gar nicht. Aber es ist, ja, es ist kein schlechtes Foto, aber es ist jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, das ist jetzt so richtig geil gemacht, ja. Also da hat sich jemand richtig viel Mühe gegeben. Im Hintergrund sehe ich auch noch so was ganz komisches, rundes da, weiß ich nicht, was es ist. Und jetzt habe ich hier mal ein bisschen reingezoomt, einfach mal rauszufinden, was ist hier los. Ich glaube auch, dass der Schärfepunkt nicht gut gewählt ist. Der Schärfepunkt liegt ja quasi an der Nahentschlägegrenze des Objektivs, also hier sehr weit im Vordergrund, ja, also mindestens mal im unteren Bilddrittel und nach hinten wird es sofort unscharf. Fotografiert ist es mit Blende 5 und einer Brennweite von 12 mm. Ja, da würde ich eigentlich schon fast erwarten, dass wenn hinten bis vorne alles scharf ist, ist es aber nicht nach hinten, wirkt es sehr unscharf. Es wirkt auch so ein bisschen, als würde es kippen. Ich finde es halt kein stimmungsvolles Bild, sondern es hat für mich auch eher so dokumentarischen Charakter. Matthias Rach hat dieses Foto hier eingesandt. Sehr schöne Nachtaufnahme, hier schon sehr dunkle blaue Stunde. Mir gefallen diese toten Bäume im Vordergrund, aber mir gefällt auch die gelbliche Beleuchtung von diesem Wasserschloss, aber mir gefällt der Himmel da oben, der Mond da oben nicht so richtig. Die Belichtungszeit ist mit 20 Sekunden für die Wolken ganz toll und für das Wasser auch. Aber der Mond sieht nicht dolle aus mit diesem grünem Hallo, der drumherum ist, aber viel schlimmer sind die Hallos hier um den Baum. Die, weiß ich nicht, woraus die resultieren aus. Das ist eine Bearbeitung auf alle Fälle. Und dass der Baum so fast in diesen Turm reinragt, ist auch nicht so richtig dolle. Also dein Standpunkt ist stark optimierungsbedürftig und es müsste auch ein bisschen ausgerichtet werden. Die Bäume kippen natürlich Richtung Wasser, aber trotzdem würde ich das ein bisschen gerade machen, damit es so ein bisschen harmonischer aussieht. Irgendwie. Es hat viel Stimmung, aber es ist technisch und bildbearbeitungsmäßig nicht so richtig gut gemacht. Das gilt leider auch für dieses Bild hier von Kevin Hasse. mit Lichtung okay. Rest kann ich auch echt wenig mit anfangen. Ja, da fällt ein bisschen Licht oben auf die Berge. Das sieht so ein bisschen aus wie auf Mallorca fotografiert. Könnte sein, dass es sogar so ist. Weiß ich nicht ganz genau. Ist aber auch völlig wuss, wo das fotografiert ist. Das ist kein gutes Foto. Himmel zu hell. Oben das Licht auf den Bergen kommt es kaum rüber, weil die Lichtstimmung so schlecht ist und das Bild so neutral in den Farben ist. Keine echte Stimmung im Foto. Kein guter Bildaufbau hier mit dem Weg, der nach links rausführt und dann da oben der Leitplanke, die da rumläuft. Kein Hauptmotiv zu sehen, nicht zu erkennen, worum es geht. Keine gute Landschaftsaufnahme. Von Ingrid Sievers haben wir diese Aufnahme hier von Sanddünen aus Namibia. Ingrid, vielen Dank für deine Einsendung. Ja. Das Licht ist hier viel besser als auf dem von dem Kevin eben und auch auf dem von dem Daniel und dem Markus und sogar ein bisschen besser als auf dem von dem Matthias und da war das Licht auf der Nachtaufnahme mit dem Wasserschloss schon ganz gut. Aber jetzt ist das Licht sehr schön sanft. Es steht sehr niedrig. Es wirft sehr lange Schatten und es ist schön warm und auch hier hätte man durchaus noch ein bisschen was rausarbeiten können, wenn du mich fragst. So. Dann liegt da so weißes Zeug überall rum. Ich habe hier gerade mal geguckt, ob das Müll sein könnte. Das könnte tatsächlich sein. Wäre ein bisschen entsetzt, wenn es so ist, aber das ist ja auf dieser Welt mir ausgeschlossen. Was mir bei dir allerdings auffällt, ist so ein bisschen das Motiv beziehungsweise die Motivation. Was soll das Ganze sagen? Also ich würde jetzt gerne ein bisschen mehr in den Hintergrund und in die Weite reingucken. Das verdeckst du durch die tiefe Kameraperspektive. Die ist halt nicht immer gut. Also hier steigt das Land ja eh schon an nach oben. Du bist runtergegangen. Dadurch verdecken die Dünen hier im Vordergrund hinten die Hügel beziehungsweise bilden mit denen so eine Kette. Das ist ja von der Idee her ganz witzig, aber dadurch fehlt es natürlich so ein bisschen an Tiefe, weil das Bild wird dadurch platter und zweidimensionaler. Den Vordergrund hier, die ersten 20 Prozent unten braucht auch kein Mensch. Auch die Fußspunde, die da drin sind, sind natürlich ein bisschen schade. Aber wie gesagt, insgesamt ein ganz schönes Licht, aber auch kein richtig gutes Landschaftsfoto. Vielen Dank, dass du bis zum Ende zugeschaut hast. Es freut mich wirklich sehr. Wenn auch du Bilder senden möchtest, dann geh doch auf ff-fotoschule.de und guck danach der FAQ für die YouTube-Bildbesprechung. Einfach oben im Suchfeld FAQ eingeben, dann findest du den Link. Da steht genau beschrieben, wie auch du Bilder schicken kannst. Ich freue mich auf jede eurer Einsendung. Ich freue mich über jede eurer Einsendung und ich freue mich über jeden von euch, der hier zuschaut. Wenn du möchtest, dass das mehr werden, Daumen nach oben, Kanal abonnieren und das Video mit deinen Freunden teilen, damit auch die erfahren, dass es hier jeden Samstag 14.30 die Bildbesprechung Samstage gibt. In diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Zeit. Immer schön daran denken. Wir zwei, wir sehen uns wieder.